so hallo leute heute führe ich meinen stab aus also die wichtigen webseiten sind seth punkt cracker punkt info und pro seth punkt cracker punkt info die anderen sind variabel kunst seth punkt cracker punkt info und pro seth punkt cracker punkt info weil wir den namen auch begleiten der neue aufkleber schutzgarde hat den schutz repariert set ist mein ruf diktatoren name am besten das alte a 96 ist heute da wie was realisiert leute da wie was realisiert und zwar dass wir es geschafft haben dass über ein jahr jetzt gottes bodenbezeugung auf pro seth punkt cracker punkt info gelungen ist es ist geschafft für alle zeit der erdenrund besteht die offenbarungen soweit ich sie check haben den erdablauf nicht mehr das heißt die endzeit ist vorbei auch die drangsal ist vorbei der antichrist hat geherrscht zwischen 2010 und 2017 und dann ging es weiter normalerweise mit einem aufkleber li für einen hiesigen handwerker ich habe 30 dieser wanderstäbe verschenkt 500 holz graviert und gravier die gravur scheinbar verschenkt nach und da waren wir mal schauen wie wir mit dem klarkom mit mit den bachacken da um die rund mal messer aber jetzt nicht dabei auf ein neues hoch die tassen der mensch ist kein schlechtes Tier. Du findest im gröbsten Milieu, findest du einfach die liebsten Menschen. Der Bär ist so lange schlimm, bis du ihn am Bette erlebst mit der lieben Frau. Die Menschen lassen mich einruhen. Obwohl ich mal der Satan für 2,3 Milliarden Menschen war. Obwohl ich der Erdabrundgeist und mein Großvater die Giesipyramiden runterplomsten lasse. Ich bin der einfache Webmord geworden. Der einfache Webmord. Die haben mich unter Betreuung geschubbt und ich darf jetzt Kunst machen. Was nicht heißt, ich muss um mein Leben laufen. Also 16 meiner Ischi-Geschwister Zwillinge sind gestorben. 10 Suizidale habe ich geheilt. Und ich muss verzeihen, weil sonst ist es mit dem Erdenrund zwar geschafft, aber du lagst dann ständig in deiner Ursache, Wirkung. Auch was die gemacht haben. Mit Abredestellen, Sexualisieren, Umbringer. Das hilft alles nicht, weil die Frau, das ist das Entscheidende. Dass die zu dir wieder steht. Und das kapieren auch kann, dass du mal dich bewegst, wie es kannst. Ich laufe jetzt zu einem Bekannten und das ist der Seedstab. Der Hausstab. Gell? Ja. Also wünscht mir das Beste. Es ging ums nackerte Überleben. Möchte man nicht wahrhaben. Ist so. Ja. Die Sehung beim blütenweißen hinaus Planeten ist weg. Der kommt wahrscheinlich nie mehr. weil 50.000 Mann auch aufgehört, um einen Krieg zu führen. Wegen verdauungstraktlose Wesen. Ja. Ich bin ein Unikum geworden in Baleit. Ach, Batterie ist leer. 30 Sekunden ist los. Also. Viel Glück und viel Segen auf alle euren Wegen. Viel Freude, viel Spaß auch mit dabei. Schutzgarde.grecker.info kannst du auch anschauen. Und würde mich freuen, wenn du auch dein Leben schön stemmst mit deinen Gräfinnen bist ja Graf. Versuch der Held, wenn es geht, hier und ihr seid die geschaffenen Errungenschaften des